Ich lerne Deutsch. Nummer 228 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für welches Gericht brauchst du die frischen Feigen? Für welches Gericht brauchst du die frischen Feigen? Wir sahen die Sonne über den Tragflächen des Flugzeugs aufgehen. Jonas repariert das Auto auf der Hebebühne. Er erneuert den Auspuff. Eine kleine Biene sammelt Pollen von einer Sonnenblume. Eine kleine Biene sammelt Pollen von einer Sonnenblume. Mein Anwalt hat mir geraten, den Vertrag zu unterschreiben. Mein Anwalt hat mir geraten, den Vertrag zu unterschreiben. Warum hast du den Kuchen nicht gegessen? Magst du keinen Kuchen? Warum hast du den Kuchen nicht gegessen? Magst du keinen Kuchen? Meine ältere Schwester gibt mir oft gute Ratschläge. Ich kann mit jeder Frage zu ihr kommen. Warum liegen die Tulpen draußen auf dem Rasen? Hast du sie dort hingelegt? Warum liegen die Tulpen draußen auf dem Rasen? Hast du sie dort hingelegt? Warum liegen die Tulpen draußen auf dem Rasen? Hast du sie dort hingelegt? Welche anderen Zutaten gehören noch in diese Suppe? Ich schreibe mir alles auf. Unsere Trainerin ist immer dabei. Sie achtet auf jede Bewegung. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Die Tierärztin untersucht das Frettchen. Eine Impfung sollte durchgeführt werden. Die Tierärztin untersucht das Frettchen. Eine Impfung sollte durchgeführt werden. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Das ist der erste Winter mit meinem neuen Snowboard. Für warme Tage haben wir immer Eiscreme in der Tiefkühltruhe. Für warme Tage haben wir immer Eiscreme in der Tiefkühltruhe. Samira ist beim Zahnarzt. Nach der Behandlung betrachtet sie ihre Zähne im Spiegel. Ich will nicht, dass mich jemand erkennt. Also ziehe ich meinen Hut ins Gesicht. Ich will nicht, dass mich jemand erkennt. Also ziehe ich meinen Hut ins Gesicht. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Von hier aus habe ich einen schönen Blick ins Tal. Soll ich die Pflanzen auf die andere Seite des Regals stellen? Es funktioniert. Ich bin begeistert. Es funktioniert. Ich bin begeistert. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Vielen Dank.